Die Kohlensäurebläschen im Champagner steigen immer perfekt gerade nach oben. Im Bier geht es dagegen auch mal etwas chaotisch zu. Forscher haben nun herausgefunden, was den Champagner so einzigartig macht. Es gibt etwas im Champagner in der Flüssigkeit selbst, das die Bewegung der Bläschen beeinflusst. Wir haben Moleküle gefunden, die sich an der Oberfläche der Bläschen anlagern, die sogenannten Tenside. Und diese Moleküle, die sind im Falle des Champagners zufällig das gute Zeug, nämlich die Geschmacksmoleküle. Der verantwortliche Physiker gibt auch zu, bei dieser Forschungsarbeit ist das ein oder andere Glas Champagner und Bier geflossen. Na dann Prost!